Ich komme unten rein. Hier ist ein Revolver. An dieser Stelle muss ich kurz anhalten. Leute, die kein PUBG spielen, wissen das vielleicht nicht. Aber immer, wenn eine Waffe im PUBG auf dem Boden liegt, findet sich direkt daneben auch die passende Munition. Behaltet das im Hinterkopf. Ich wollte looten. Sorry. Ah, da ist er! Töte ihn! Alter, ich kriege ihn nicht. Ja. Okay, ein Revolver. Der andere kommt von der Brot. Der andere kommt von der Brot. Ich muss jetzt erstmal her. Ich hab keine Muni! Er ist mir die Muni genommen! Scheiße, ich hab die Muni genommen. Nein! Wow! Das ist so awkward. Das ist so richtig schön. Game on Cringe. Gerade. Seine Minigun kann er nicht... Er sieht mich, aber er kann die Minigun nicht vor die Mauer ziehen. Bei... Ah! Jawoll! Wo ist er hin? Krass, ey! Irre! Es tut mir leid, Schatz! Das sollte kein Problem sein. Don't move! Keep your head down! Ich bin ein Vollidiot. I hate these things! Ahaha! Jawoll, bin ich bescheuert, Alter! Ey! Nein! All around me are familiar faces. Worn out places. Worn out faces. Worn out faces. Hey, I'm the winner! Woah! Where's the ranch? Come on! See if we can burn this from Farland. Woah! Ahaha! Woah! Woah! Ja doch. Da werde ich wahrscheinlich bald drauf gehen. Oder mir die Karte kaputt schießen. Aber ist mir egal. Wir nehmen noch ein paar mit. Woah! Alter! Wie wir die alte Karte kaputtiert haben! Wo ist die hin? Das war mal wieder ein Schuss in den Ohren! Weichen ab! Ja! 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 So Leute, das war's jetzt auch schon wieder mit dem Twitch Best-Of Volume 3. Ich hoffe ihr hattet beim Anschauen mindestens genauso viel Spaß wie ich beim Schneiden. Links findet ihr jetzt noch die Playlist zu den anderen beiden Best-Of's. Ebenso wie den Link zu einem zufällig ausgewählten Video von meinem Channel. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Start in die Woche. Macht's gut, haut rein! So amig, auf jeden Fall. Wo komplett auf das Schuss und trifft ihr Versage das Geld? Vielen Dank.